ab die nacht es ist scheiße zett Achtung. Mann. Mein. Ja gut, es ist wurscht. Mann, oh Mann. Ja. Gut, das schaut gut aus. Ach, kein Platz mehr. Nein, oder? Äh, wie war es nicht los? Die brauche ich doch jetzt am wenigsten. Ich leg dich mal nicht zu dir an, weil du bist der kürzeste Weg weg. Jo. Ja. Jetzt schnell die Mütten auserfinden. Sechs, ja, das war... Toll. Scheiße. Machen wir da und da und... Oha, perfekt. Befinden ich jetzt halt in einer Höhle, äh, oder in einer Mine im Wasser. Einfach du, das verlor keiner. Ja. Mist. Wieso hab ich kein, äh, Brunnen unten einmal gemacht. War ja schon wieder zu... ...voreilig. Zwei, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Also haben wir da vier. Vier, na, 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 das ist zu hoch. Da ist natürlich auch nix. Zwei, langen. Und zwar drei, gut. Na, da ist nix. Na, da ist nix. Na, da ist nix. Zwei, zwei, drei, drei, drei. Na, da ist nix. na kripper spreng die meint luft na ich mir doch wie darf man haben ja wenn jetzt wieder auf die 500 wer hat die schafften das nachkommen was macht ein anzusehen mal doch wieder oder ist vielleicht noch was bitte 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 auch kommen was sind dies für einen Möll war direkt auf mann du hast nichts wieder für probleme mehr mit dem scheiß wo ich machen möchte das wasser kotzt einfach nur dort ich zeigst du mal Prozent das scheiße das wird es nicht ich möchte er ich hätte eigentlich im Brunner möchte warum halt dann einfach wasser nimmt ja kannst ja irgendwo da jetzt kann ich wieder nicht aussehen jetzt das ist so niedrig kann ich mir da mal wasser quali einander was okay ja 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 ist es niedrig besten halt dann unten ringsum mir halt einfach wieder mit wasserquellen halt so ausfüllen ja haben wir ja da immer wasser genau das passt dann schon gut dann hätte ich doch herr machen müssen dann wie viel glas brauche ich da viel ja 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 okay das passt dann ja ja ok das passt Haust du ab? Haust du ab? Ja. Perfekt. Halt. Halt. Stopp. Na, geht doch weg. Butter. Ah, auf der der Hellen schaut er schon besser aus. Das gefällt mir. Jawohl, wie viel Stein ich da kriege. Da kannst du wieder langbauern. Aber für eine Burg braucht man ja 11 viele Steine. Ja. Jetzt schauen wir mal wieder auf der Seite an. Jetzt schauen wir mal wieder auf der Seite an. Zack und zack. Oh, ich muss jetzt mal kurz cheat'n, das ist furchtbar mit dem scheiß Wasser. Wo sind cheat'n schon wieder? Ja. Scheiß Klumpen war nur da. So. Ah, das kann vielleicht was werden. So, die fallen dann da. Ja. Ja. So, das müsste eigentlich abpassen. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Na, oder? Ja, das ist doch eine Höhle. Miest. Ja, das ist eigentlich dann schon okay. Ja, ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, wie ich da schon wieder gerechnet. Das ist mein doch 18. Oh, Mann, die Kirchen. Ach, Mann. Ach, Mann. Verschillen. Netz. König das Wasser rausnehmen. Game Mode, null. Ah, Mann. Game Mode. Ja, perfekt. Ach, komm. Nein, jetzt komm ich wieder auf die. Netz. Okay.